Wir kommen heute aus intelligenterer Umgebung als unsere Politiker. Lügen Olaf, Bundeskanzler, der Lügenbaron Olaf Scholz, heute wieder auf Spitzenhöchstform aufgelaufen mit seiner Verschärfung des Waffentrechtes. Ich kann es nicht machen, dieses ständige Rumgelüge, dieses ständige, schwachsinnige Gefordere von Politikern, gerade von Politikern, die selbst die Macht haben. Ich zeige euch hier jetzt mal ein bisschen mehr Intelligenz. Ich verrate euch auch am Ende des Videos, wo ich mich überhaupt befinde. Das ist wunderschön hier, muss ich euch sagen. Ich bin dem deutschen Wahnsinn entflogen. Alleine, dass Olaf Scholz dann heute nach Solingen gefahren ist, war wirklich die Spitze auf dem Eisberg sozusagen. Es hat mich wirklich fassungslos gemacht, wie er sich da hinstellt und eine schnelle Verschärfung des Waffenrechts mal in Aussicht gestellt hat. Was soll denn das Ganze bringen? Es ist völliger Wahnsinn, wie ihr das kennt. Und damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf, heute aus den wunderschönen Niederlanden. Viele werden vielleicht schon wissen, wo genau ich hier bin, aber für alle anderen bleibt dran bis zum Ende. Ich löse das auf. Nein, ich bin noch nicht am Auswandern, obwohl ich direkt, wie ich über die Grenze gefahren bin, mit dem Zug direkt gesehen habe, was in unserem Land alles schiefläuft. Aber unser Bundeslügen-Olaf, wie ich ihn inzwischen nennen muss, ist es wirklich phänomenal. Hier hinten gibt es noch mehr Tiere. Er ist einfach ein solcher Lügenbaron. Er lügt von morgens bis abends wie gedruckt. Entschuldigt die Sonnenbrille heute. Aber Olaf Scholz, derjenige, der per Richtlinienkompetenz alles im Alleingang entscheiden kann, also der Chef von Deutschland, wie ihn die Tagesschau in einfacher Sprache immer nennt, er will jetzt das Waffenrecht verschärfen. Nochmal, die DNA-Untersuchung ist inzwischen da von Issa Al-Hassan. Es war sein Messer und es war 15 Zentimeter lang. Mehr als die erlaubten 12 Zentimeter. Von daher ist die jedwede Diskussion um diese Erlaubnis oder das Verbot von Messern sowas von an den Haaren herbeigezogen, so wie sich der Lügenbaron Münchhausen an seinen eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen hat. Ihr werdet die Geschichte sicher kennen. Das ist inzwischen Olaf Scholz. Derjenige, der per Richtlinienkompetenz entscheiden könnte, Annalena Baerbock, bitte mal die Klappe halten. Wir schieben jetzt ab nach Afghanistan oder nach Syrien. Derjenige stellt sich jetzt hin und weiß ganz genau, dass mit diesem Messer, was dort getragen wurde, ein Verstoß gegen das Waffenrecht begangen wurde. Sagt jetzt, wir müssen das Waffenrecht verschiefen. Da pfeift nicht nur mein Schwein, da frage ich inzwischen meinen Psychologen, an welcher Krankheit leiden solche Menschen. Oder Saskia Esken bei Karin Mioska sagt, es gibt nicht viel, was wir aus Solingen lernen können. Sie war kurz davor zu sagen, man kann gar nichts lernen aus Solingen. Na danke, acht Schwerverletzte und drei Tote und wir können nichts lernen. Dass es mal wieder jemand gewesen ist, der illegal im Land war, der hätte abgeschoben sein sollen schon und der dann untergetaucht ist vor den Behörden. Was können wir daraus lernen für die SPD, Frau Esken? Wir können daraus nichts lernen. Und ich komme mal wieder zu meiner Hauptforderung. Wir brauchen endlich Intelligenztests für Politiker. Ich möchte niemanden, der unterhalb vom Durchschnitt ist, im Deutschen Bundestag sehen. Niemand mit IQ 100 oder weniger hat dort was verloren und damit würden sich die Reihen schon ganz schön lichten im Bundestag. Das muss man wirklich sagen. Aber es ist so grotesk. Niemand stellt sich hin und sagt, ja, okay, unser Fehler, unsere Verantwortung, unsere missglückte Abschiebung, wir sind mitverantwortlich an diesen Toten. Das bekommt keiner über die Lippen. Dabei sind sie alle Mittäter. Es ist ja schon fast so, als würden sie im Geiste mitstechen, wenn sie es jeden Tag aufs Neue zulassen, dass die Grenzen nicht kontrolliert werden oder dass gewisse Leute einfach nicht inhaftiert werden. In Berlin gibt es über 100 offene Haftbefehle gegen Mörder und Totschläger, die einfach nicht vollstreckt werden. Es wird noch nicht mal auf jede Person ein Zielfahnder angesetzt, schlicht und ergreifend, weil man das Personal nicht mehr hat. Jetzt haben sie richtig, richtig Angst bekommen wegen Isso de Al-Hassan aus Solingen. Sie sind jetzt wirklich in Panik, weil es sich hier wohl am Ende tatsächlich um einen Soldaten des islamischen Staates handelt und eben nicht um einen Einzeltäter, um einen kleinen Amokläufer. Und genau das macht ihnen hier Angst, denn ihr ganzes Erkennungssystem ist darauf ausgebaut, dass es Leute gibt, die sich radikalisieren und die bei diesem Radikalisieren sich am Ende in Straftaten verstricken, in gewissen Etablissements dann auftauchen, wobei unser junger Mann aus Solingen auch in einer Moschee anscheinend bekannt war, wobei das war den Solingern bekannter wie den Behörden, die ihn ja eigentlich schon hätten abschieben lassen wollen 2023. Da kann man nur grinsen, weil eigentlich müsste man vor Wut irgendwas kaputt schlagen, man müsste vor Zorn wirklich überschäumen, wie wenn das Bierfass leer ist. Es ist einfach völliger Wahnsinn, völlig geisteskrank sind sie, weil sie überhaupt nicht Herr ihrer Sinne sind. Sie wissen gar nicht, was sie tun und dennoch tun sie es jeden Tag. Sie regieren unser Land, sie regieren eine der Top-Nationen dieser Welt, immer noch Teil der G7. Ich frage mich, wie lange noch? Wirtschaftlich gesehen dürften wir bald rausfliegen und sie kommen dann wirklich um die Ecke und sagen, wir verschärfen jetzt endlich mal das Waffenrecht, wo man sagen muss, und was hätte das geholfen? Wie wäre das? Wir würden einfach gewisse Dinge mal etwas anders da praktizieren. Zugezogene Grenzen, jeder geht in Abschiebehaft. Hier zum Beispiel dieses Tiergehege, also jetzt nicht gegen die Menschen würde, da so ein paar Sanitärcontainer reingestellt, also so ein Containerdorf, wir kennen das ja, für Neuankömmlinge, einfach mal hier so ein Containerdorf reingestellt, bisschen Wasser hingelegt und dann denen was zu essen gegeben und dann einfach Stacheldraht außenrum und gesagt, ja Leute, ihr wartet hier, bis der nächste Flieger geht. Und hier ganz in der Nähe ist der Flughafen Eindhoven in den Niederlanden. Ich bin in Beeksebergen, einem Safari-Ressort hier, wirklich wunderschön. Ihr wisst, ich bin eigentlich kein Freund von Zoos, wobei das hier ja eigentlich weniger Zoo ist. Es ist hier vor allem Urlaub von Oma und Opa mit ihren Enkeln. Und die Kinder, sie lieben es hier wirklich. Aber die Politik, sie lässt uns wirklich nicht in Ruhe. In den Niederlanden, ich habe es heute erst gesehen, an jedem Bahnhof ist inzwischen vorbetreten des Bahnhofsgebäudes eine elektronische Kontrolle der Fahrkarte notwendig. Wenn sie sagen bei uns, das geht nicht, die ganze Niederlande, die macht das. Wer kein Ticket hat, der kommt nicht in den Bahnhof, noch nicht mal, um ihn nur zu durchqueren, um auf der anderen Seite wieder herauszugehen. Es hat sogar funktioniert mit dem QR-Code der Deutschen Bahn, was ja immerhin noch verwunderlich ist, wenn sowas inzwischen noch funktioniert in unserem Land. Wobei, ich bin ja gar nicht in unserem Land. Wahrscheinlich hat es eben deswegen funktioniert. Ich bin hier quasi in der Steppe bei Tilburg. In diesem Safari-Ressort. Und ich habe jetzt noch keinen Deutschen heute hier getroffen. Aber mit Sicherheit wird jeder wissen, was in Solingen passiert ist. Jeder wird wissen, wer der Lügen-Olaf aus Berlin ist. Und auch Nancy Faeser, von der wir ja heute Morgen im Video erfahren hatten, dass sie die Verantwortliche ist, die Olaf Scholz den Arsch gerettet hat in der Cum-Ex-Affäre. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, selbstverständlich nicht. Aber hier hat sie wohl kompromittierendes Material einfach verschwinden lassen. Olaf Scholz ist damit aus der Sache, aus dem Schneider, wenn man so möchte. Und deswegen kann diese Frau sich wirklich erlauben, was sie möchte. Sie ist unfeuerbar, unkündbar für Olaf Scholz. Denn mit Sicherheit hat sie ein Backup dieses E-Mail-Postfaches und sagt, Olaf, sobald du sagst, du übst die Richtlinienkompetenz gegenüber mir aus oder Sonstiges, dann lasse ich das einfach an die Presse fallen. Da haben wir wieder die nächste Erpressbarkeit unseres Lügen-Olaf, der wirklich nur lügen kann von morgens bis abends. Er hat so viele schlimme Dinge alleine dieses Jahr gesagt, wie zum Beispiel, dass es keine Kultur gäbe, in der es kulturell erlaubt wäre, gegenüber Frauen Missachtung zu vollziehen, zu zeigen. Da frage ich mich nur, wie war das denn jetzt mit der Handtasche von Frau Scholze in Pakistan, in Islamabad, wo sie sie nicht zum Botschaftsessen lassen wollten. Oder, oder, oder. Ihr kennt die ganzen Beispiele und am Ende bleibt zu sagen, hier hinten auf diesem kleinen Areal mit diesen paar Tieren, die ihr gesehen habt, ist wahrlich mehr Intelligenz vereint auf diesem Feld wie in unserer Bundesregierung in Berlin. Und das würde ich sogar wissenschaftlich untersuchen lassen wollen, weil ich mich aus dem Fenster lehne und sage, die Wahrscheinlichkeit, dass ich recht habe, ist größer 50 Prozent in dieser Frage. Ihr könnt ja aber nochmal die Zebras, die Giraffen, was wir gerade gesehen haben, begutachten und könnt zusammenzählen, wie hoch hier der Intelligenzquotient sein muss. Hier braucht ihr länger zum Zählen als in Berlin. Das wisst ihr, da habt ihr schon lange aufgehört zu zählen. Ich bin vor allem gespannt auf eure Meinung. Wie seht ihr das? Ist Olaf Scholz wirklich der Lügen-Olaf oder treibe ich es zu weit mit dieser Aussage? Abonniere den Kanal, kommentiere deine Meinung unter dieses Video und wenn du wie ich keine Lust mehr hast auf diesen Schwachsinn in Deutschland, abonniere doch Auswandern mit Kopf meinem neuen Zweitkanal, der sich auch damit beschäftigt, zum Beispiel, ob man in die Niederlande ganz einfach auswandern kann. Ich habe gehört, Sie suchen hier noch Personal und ich darf ja 90 Tage hierbleiben, bevor ich mich hier anmelden muss. Also wieder ein Weg, der sehr schnell gehen würde. Damit sage ich, ciao, bis bald, denke an X, denke an Telegram und wir sehen uns im nächsten Video. und wir sehen uns im nächsten Video.